Mein Opa ist gestorben. Er vermacht mir eine Aufgabe. Ich soll die Suche nach gestohlenen Kunstschätzen vollenden. Seid ihr dabei? Soll ich euch dann rumlegen? Danke fürs Finden. Bringt alles hoch. Shit, da muss was passiert sein. Die Rätselhaften Kugeln. Ab dem 11. März, 19 Uhr, hier bei LeoTV auf YouTube. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.